hallo meine lieben willkommen zurück auf meinem kanal und hallo an alle und herzlich willkommen für die neuen abonnenten hier auf meinem kanal sind hier einige dazu gekommen in den letzten wochen und darauf freue ich mich natürlich. fail. lasst uns nicht lange drüber reden. ich habe mir überlegt ich möchte wieder ein bisschen mehr beauty sachen auch zeigen also sprich dass ich auch sachen teste und euch automatisch gleich zeige wie ich es wirklich finde und da dachte ich werde immer so kurz wie möglich die videos halten damit es nicht zu lang wird und ich möchte auch heute mit dem ersten produkt beginnen was mir rossmann zugeschickt hat und zwar ist das ganz aktuell das baby young care quick and clean augen make up entfänder mit wimpern pflege was ich persönlich als wimpern stylistin total wichtig finde dass die wimpern auch gepflegt werden und wir klatschen uns ja täglich dieses make up und die wimperntuschel drauf und ich habe das jetzt mit absicht so gemacht dass ich mich heute morgen geschminkt habe hier mit nicht wasserfeste mit hypo allergena mascara also mit einer die ich persönlich sehr sehr gut vertragen und hier mit einer waterproof von maybelline new york mascara die wasserfeste logischerweise ist weil das ganze hier nämlich auch wasserfeste mascara ohne probleme und ohne rubbeln an den wimpern entfernen soll und da dachte ich mir probieren wir das doch einfach mal gemeinsam aus danke erstmal rossmann dass ihr mir dieses produkt zum testen zugeschickt habt und das wie ihr sehen könnt hier kommt es in zwei phasen und wenn man das ganze schüttelt das tun wir jetzt einfach mal verbindet sich das so das kennen wir ja schon von anderen produkten und hier sind auch öle drin also für leute die wimpern extensions haben no way bitte benutzt das nicht hier nochmal das produkt hier die wattepads ich nehme jetzt die brille ab dadurch werde ich wahrscheinlich nicht sehen wie gut das ergebnis wird das werde ich nachher in der kamera sehen kurzsichtigkeit lebe hoch hier gut also wir schütteln das ganze machen es auf was ich gleich sagen kann es verbindet sich relativ schnell wieder zu diesen zwei schichten zusammen also getrennt und dann tragen wir ein bisschen von dem produkt hier auf müssen ordentlich ordentlich viel drauf so eine seite zweite seite machen wir auch gleich mal fertig dann mache ich das immer so wenn ich mich abschminkt dass ich das erstmal einwirken lassen so ein bisschen das tun wir jetzt mal gemeinsam es riecht wirklich so gut wie nach gar nichts also das finde ich super weil ja auch parfümfrei drauf stand es ist schön kühl also es kühlt so ein bisschen und jetzt fange ich an so ein bisschen hier zu reiben ich habe auch wirklich nur mascara drauf kein lidschatten oder ähnliches weil es mir jetzt primär darum ging ob die wimpern denn jetzt wirklich schonend gereinigt werden und wichtig ist mir auch gleich dass auch kein ölfilm auf meinen augen übrig bleibt also das kennen vielleicht viele die mit öligen produkten ihre augen reinigen also die wimpern und die lidschatten unternehmen dass danach so ein leichter ölfilm auf den auge drauf bleibt was ich persönlich echt hasse es geht gar nicht so gucken wir doch mal so sieht das ganze jetzt aus so sehen die wettepads aus also ich hatte deutlich viel mehr jetzt schon runter genommen als auf der seite ich weiß jetzt noch nicht wie es an den augen aussieht das testen wir jetzt mal indem wir das ganze umdrehen und noch mal ein bisschen reiben also in der tat scheint hier jetzt nicht mehr so viel drauf zu sein wenn ihr das mal so sehen könnt ja also ja also man hat auf jeden fall hier den ölfilm was eher pflegen wahrscheinlich sein soll für die wimpern was auch rund ums auge relativ sich gut anfühlt feuchtigkeit ums auge schadet eigentlich nie ich habe jetzt auch keine gereizten augen also alles in allem bin ich bisher echt begeistert von dem produkt also ich muss es natürlich über längere zeit testen das ist jetzt erstmal so mein erster eindruck von diesem produkt fühlt sich sehr sehr gut an meine wimpern sind auch sehr weich ich habe auch keine wimpern jetzt hier an den wattepads gehabt was ich auch immer sehr sehr gut finde so nun zum fazit und zwar wie finde ich das produkt und an sich finde ich es eigentlich sehr sehr gut ich mag es allerdings nicht so sehr dass es wirklich schon stark ölig ist ich persönlich benutze nur öle in meinem gesicht eigentlich daher kann ich eigentlich ganz gut damit umgehen aber ich glaube dass viele menschen das nicht so gut finden würden wenn es so ölig ums auge rum ist ich glaube auch dass die öle die hier drin sind relativ gut für die wimpern sein werden also sie fühlen sich weich an ich kann sie biegen das habe ich halt ähm leute die sich oft schminken haben das vielleicht auch dass man halt hier dann die wimpern nicht mehr so richtig gut schön biegen kann und die sich nicht mehr so weich anfühlen das tun wir jetzt hier schon ich kann es für die leute die mit einem öligen film hier ums auge rum leben können also ich muss ja auch sagen jetzt zieht das gerade echt schön ein ähm kann man kann ich das empfehlen für leute die damit kein problem haben alle leute die vielleicht fettige haut haben wahrscheinlich würde ich die finger davon lassen aber ansonsten super produkt so meine lieben das war jetzt mein kurzes relativ kurzes video zu meiner bb young care augen make up entferne und wimpern pflege produkt geschichte ich hoffe euch hat das video gefallen es war vielleicht informativ für euch ich würde gerne öfter solche videos machen deswegen würde ich gerne von euch wissen was wollt ihr dass ich teste für euch damit bitte in die kommentare damit ich weiß was ich für euch das nächste mal teste ich habe noch ein zwei sachen die ich definitiv für euch testen werde ähm wo auch ein zwei sachen echt super spannend sind also hoffe ich es hat euch gefallen ihr probiert vielleicht das produkt auch mal aus wenn es für euch was ist dass ihr eben mit diesem öligen film klarkommt alles mit allen danke 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 rossmann ich freue mich wahnsinnig dass ich das produkt habe und es definitiv aufbrauchen und könnte mir sogar vorstellen es immer wieder zu kaufen